Raza! Ich hab mich ja auch erschreit. Mein Name. Äh... Die Door. Die lassen wir noch open. Da hab ich mehr von. Das ist jetzt das dritte drinnen Video. Ah! Ich hab drei draußen Videos. Gestern eins gemacht, heute zwei. Und jetzt in Folge drinnen Videos auch drei. Ja gut, ich mach so viele Videos wie ich will. Die drinnen Videos sind auch geil. Ja, das finde ich schon. Weil dann ich bin in meinem Tempel. Verstehst du? Das ist True Razor. Verstehst du? Wie Big Brazor. Razor sind Tazad Razor. Was? Welches Thema haben wir denn hier? In diesem Video. Ja, ich hab immer noch keinen Schlag getrunken von meinem Bier. Oh, da hat's geklingelt. Mh, der will da dies. Die Tür auflassen oder nicht? Ja, immer noch. Komm, komm ich immer noch nicht zu meinem Bier. Verstehst du ja jedes Mal mir das selbe. Wo ist der? Das klingt ja nicht bei mir. Ich kann draus kein Auto sehen oder so. So. Wollen wir doch mal warten, wenn er ist. Wollen wir es jetzt? Wollen wir es jetzt? Wollen wir es jetzt? An alle Frauen folgende Aussage Nicke mit dem Beat und beweg dein Ars Wenn der Razor am Mic ist Ja, sehr, sehr, sehr Die ganz Fotzen Du darfst mit dem Beat nicken Razor ist ein ganz talentierter Lifestyle, Bro Weißt du, das habe ich Razor ist ein Tazard Have to know that Pop war down into fucking core Yes, yo Ich habe auch Bock auf Instrumentals anmachen Ich bin nicht dazu gekommen Über Weihnachten habe ich fünf Nächte Familienfeier gehabt Alles ficken und alles essen Aber dann hast du nicht so viel Zeit dafür Ich habe noch nicht mal Instrumentals aufnehmen können Jetzt habe ich immer nur noch die zwei auf meinem Handy Schuhquanz und eins von MC Hammer Das sind ultrageile Beats Ich habe jetzt vorgenommen Ich habe nächstes Mal die Möglichkeit Ich habe Instrumente jetzt aufzunehmen Klar, bei Kollegen kann ich Ich könnte auch heute noch Jetzt könnte ich zum Kollegen gehen Aber dann denkst du, da wäre um Ich will lieber zu Hause bleiben Vielleicht mache ich das morgen Dann nehme ich ein paar Tracks auf Ja Ich muss mehr Instrumente zusammen auf dem Handy Weil dann würde ich jetzt zum Beispiel ein Instrumental bauen Aber dann wiederum Ich habe mir gesagt Stimmt, ist richtig Ja, aber ich kann trotzdem ein Instrumental bauen Weil Ich habe zwar in 30 Videos Schuhquanz Aber das ist ein supergeiler Track Und trotzdem Es ist ja jedes Element Video steht ja auch für sich Und wenn ich Bock habe auf ein Instrumental Es ist einfach die Tatsache Hast du jetzt ein Instrumental verwendet oder nicht Weil wenn ich ein Instrumental verwende Wird das ein geiler Rap-Site Das ist ja einfach Und das ist das Geile daran Verstehst du, ja Also verwendet ist super Da muss ich jetzt nochmal ein Handy finden Geschäfte sind ja momentan Nicht geöffnet Die ganzen Non-Food Weil ich wollte ja Munition kaufen Für meine Blaster Alpha-Serie Ja Toll, dass du hast etc. reingehen Die haben ein Riesenregal voller Nerf-Kanonen Die Alpha-Serie ist Auch natürlich funktionabel Verstehst du Die gleichen Bolz sind da drin Feuert auch weit Von der Optik her Finde ich auch nicht gut Aber es ist richtig gut Es gibt halt verschiedene Serien Das sind Level So sehe ich das Und deswegen kann man ja erstmal Mit der Alpha-Serie anfangen Und alles kaufen davon Kleiner Tipp von Razer Für alle Ist das dann wieder Du musst das nicht machen Aber wenn du das tust Verstehst du Man kann diese Kanonen auch ansprayen Einfach Du sprayst das komplett schwarz Dann sieht das aus wie ein echtes Dann sieht das mehr echt aus Als wäre das eine echte Kanone Ich habe das schon mal gehabt Ich hatte schon mal zwei Stück Die waren aber nicht von Nerf Aber auch gute Teile Die habe ich schwarz angesprüht Die sehen aus als wenn das echte Bolz war Wenn du die schwarz ansprayst Ja Aber dann war das zu echt für mich Im Haben war das dann echt Sie wissen nicht was das dann im echt war Ja Also im Haben Ja Das war dann Teil meines Automat auch Wenn sich einer anlegt Dann ist der zerfetzt worden Im Haben Und so Ich hatte das dann mit Da hatte ich dann Feuer drauf Jetzt stimmt nicht Dass das normale Boltrower im Haben waren Ja Jetzt sage ich das hier Mal sehen wir Das wird das haben dann wieder Die sind das nicht Denn das sind normale Die Teile hier Ja ich lasse die absichtlich so Sonst hätte ich die ja schon längst schwarz gespielt Ich habe Ultra Control East Für diese Und ich feuere nicht auf irgendwas Worauf ich nicht feuern will Aber Das ist das dann Dann eröffne ich jetzt hier wieder irgendwas Das noch nicht jeder weiß Wie mache ich das Ja Und zwar es gibt Godbreaker Ja Kanon Ja Und Weil ich so viel habe Waren die Da dann Die beiden Kanonen Die ich hatte Als ich die schwarz angesprüht hatte Waren das dann Godbreaker Ja Und der Razor Dann im Haben Der diese Godbreaker Dinger dann hat Ja Das ist richtig Mein Automat Funktioniert Wurz Wenn einer völlig unter Wert Abgeknallt werden muss Ja Beziehungsweise Das Gott Ein bisschen dezidiert Oder so Dann hat mein Automat Wurz Sonst behalte ich das Das ich so hoch habe Ich habe unfassbar an Höhen verloren Ja Weil ich diese Godbreaker Teil meines Habens hatte Und ich musste die wegtun Ja Für mein Haben Also ich lebe für mein Haben Ich handle richtig für mein Haben Natürlich Ja Razor Ich habe immer noch keine Kohle Aber gerade das ist ja ein ultra extremer Rules Königwand Und ich bin mit anderen Rapstar Eben bevor Ich Geld habe Ich bin eben bevor ich Geld habe Ja Man kann hier nicht in der Stadt Geld machen Ja Das ist dann Ja gut das stimmt nicht Man kann das schon Ja Ja das wichtigste für mich ist Ich behalte mein Leben Und ich bleib hoch Für alle Für sind ja Wenn mir einer Geld gibt Dann Ich bleib hoch Ich bin ja ein ganz ehrlicher Verhandlungs Rules King Was ich ja so viele Rules habe Ich kann nicht Geld annehmen und tweeten Ich hätte akzeptiert Versehen Sie Also ich akzeptiere nicht für Geld einen Hoch Ich bleib hoch für alle Ja Ich akzeptiere keinen Hoch Ja Ja Razor Daran liegt ja auch der besondere Wert Ja Von Razor's Tazat Für unsere Gesellschaft Ich Habe Google ist Richtig hoch bleiben Gut dran Ja Ja War ist das Das hat das abseit Razor's Tazat Konzeptionsgenius Lieben Right Kompli Starla War ist das 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 War ist das